Ich heiße Jürgen Kemmner und ich bin Jochen Klinkowski. Das sind Redakteure der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten. Hier befinden wir uns jetzt bei der eigens für die Olympia-Zuschauer eingerichteten neuen Sportart in Gyeongchang. Die Sportart für die Zuschauer heißt Anstehen. Es gibt drei verschiedene Disziplinen. Es gibt das 100 Meter Anstehen, es gibt das 200 Meter Anstehen und es gibt das Marathon-Anstehen. Es handelt sich dabei um 1000 Meter Anstehen. Den Rekord im 1000 Meter Anstehen hält ein Südkoreaner, dessen Name erst noch in die lateinische Schrift übertragen werden muss. Seine Bestzeit steht derzeit bei 17 Stunden und 23 Minuten. Eigentlich wollte ich euch die vielen Tiger zeigen, aber jetzt ist eine Riesenschlange. Meine Damen und Herren, hier draußen gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte rein und kaufen Sie nach Lust und Laune unsere weißen Tiger und was wir sonst noch alles zu bieten haben.